Wir wissen nun Bescheid. Wir sind in der Hölle angekommen. Und diese werten Kollegen hier haben ein gewisses Maß an Problematik zu lösen. Der eine, dass er seinen Kopf sehen wird, beziehungsweise es in First Person sehen wird, aus der besten Reihe, wie man es bestimmt sagt. Ein anderer Kollege, der auch eine gute Reihe gewählt hat, links hier auf dem Podium, freut sich schon auf das nächste Schauspiel, was jetzt hier in wenigen Minuten wahrscheinlich kommen wird. Und er macht schon wieder so ein schönes Gesicht, weil er nicht auf der Versammlung sein kann, wahrscheinlich. Er würde nur zu gerne seine Arbeitssituation verbessern, aber ich glaube, das müssten wir erst mit ihm absprechen. Aber ich glaube, Wilfried ist jemand, der durchaus mehr Informationen für uns haben könnte. Was ist überhaupt los? Wie sieht er denn aus? Wenn ich nicht etwas schnell mache, dann wird er... Er wird... Ah, ich muss ihm helfen. Ja, weise Einsicht einer. Aber fragen wir ihn überhaupt, was hat er überhaupt ausgefressen? Das wäre vielleicht auch nicht ganz eine uninteressante Sache, wenn jemand hier schon in diesem, ich sage jetzt mal, Milieu, sich aufhält, muss ja was passiert sein. Oh, hallo, der Junger. Ähm, warum, genau, das ist eine gute Frage. Ähm, warum, genau, das ist eine gute Frage. Dan, was hast du... Aber warum würden sie... Sie wissen... Oh, es ist ein bisschen eine einfache Mishap, wirklich. Die offizielle Grunde ist High Treason, doch. Oder so sie sagen. Hey, das ist wie ich. Ich habe das auch gemacht. Well, wahrscheinlich. Ich glaube, es war nur Windfriede's Lie, dass ich mich locket. Aber warum ist alle, die, ich einfach nicht weiß. Windfriede? Windfriede, dich auch locket? Oh, dearie. Wait, Windfriede, dich hier? Sie, sie hat das mit dir gemacht? Sie werden, weil sie... I was just on the ladder, tending to the garden is all, when... When I saw... It was her room. A secret room in the castle. It was horrible. Oh, dear me. Also, es war doch der Gärtner. Ich wusste es. Aber gut, was hast du in dem Zimmer gesehen? What did you see in this room? What was so horrible? Windfriede, she's... Not who she seems. She changes the way she looks. It's... It's witchcraft. And that's not all I saw. I saw plans. Many, many plans. On the floor, on the walls, on the blackboard. And inside, inside she was building something. She was building some sort of... Cage. Cage? If not for me, then... Ben? Could it be? What did these plans say? Oh, I'm not sure. There were lots of numbers and diagrams, and I am just a simple old man. It leaves me wondering, it does. Like the deep thinking Pagonia. That's it. If I get out of here, I have to find this room. Hm. Hm. Gute Frage. Gibt es einen Highway zur Castle hier? Weil, naja. Der Highway zur Helding existiert, der ist ja offensichtlich bekannt. Allerdings, der Rückweg. Normalerweise ist eine Autobahn ziemlich einspurig, beziehungsweise eingleisig gebaut. Hm. Hm. Es ist aber doch allgemein sehr fragwürdig, warum es überhaupt ein Räumchen für sie in dieses Schlösschen gibt. Warum muss ich das mal gucken, was ich dazu sagen habe. Gibt es einen Räumchen in einem Kastel? Der... Royal Kastel? Aber... Warum würde sie haben... Oh, aber natürlich. Woher würde sie ihr Räumchen halten? Bei, Yon-Wan. Sie ist unsere neue König. Nein. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Winfried, die... Die König? Nein, noch nicht. Sie ist jetzt noch verhöhnt. Sie ist noch so schnell verhöhnt. Nach Yon-Wan so schnell verhöhnt. Es ist ein Schade, der König hat sich so ähnlich wie sich selbst verhöhnt. So ein Schade. Oh, die König, Yon-Wan. Nur die große Gebera hat so viel Glück und Freude. Ich sehe schon, worin das führt. Ich sehe ja schon, vor allem, wie das mit dem Bild zusammenhängt. Ich glaube, wir fragen ihn mal im Detail darum. Aber was ist mit den, ähm, Blumennamen auf sich? Ha! Was ist es, was du immer mit dem Namen machen möchtest? Sind sie Blumen? Oh, ja. Ich bin sorry. Ich freue mich nichts mehr, als mit meinen Blumen. Ich fühle mich alles durch sie. Ich bin ein Garten, du siehst. Für die Royal Familie. Für, oh, viele, viele Jahre. Ich glaube, es war, ich glaube. Oh, Wilfred. Ich bin nicht entschuldig. Das ist so süß. Such ein Garten, wunderschöntes Gartener nicht verdient das. Oh, du sagst so viele Worte, Yon-Wan. Du warst dieses altes Herz von Wilfred, wie eine Pfefflower, wie du machst. Warum, ich fühle mich so... so glücklich wie die Schlafsporen der Pfefflower, wie ich mache. Ähm, Schlafsporen? Das Blumen, du sagst, mit den Schlafsporen. Das Blumen, du sagst, mit den Schlafsporen. Das Blumen, du sagst, mit den Schlafsporen. Oh, nein, nicht wirklich. Es ist eine relativ commone Spezies, aber ziemlich ähnlich zu ein paar anderen, auch. Ich kann eine Bilder von einem zu zeigen, wenn du sie möchtest. Oh, ja, bitte. Du hast etwas zu schnauern? Oh, ja, ich immer mit mir ein Pencil und ein Pad. Oh, aber... Oh, meine Hands, sie sind ein bisschen tied, ich glaube. Meine Entschuldigung, Yon-Wan. Nein, nein, ich bin sorry. Das war ein Schlaf für mich zu fragen. Vielleicht, wenn ich dir hier rauskomme, kannst du für mich auswählen, oder? Oh, ja, natürlich. Natürlich. Ich sollte jetzt wahrscheinlich gehen, Herr. See if I can get all of us out of this place already. Yon-Wan, I may have misheard you. Get all of us out of here? How do you mean? Apparently, I just have to get some kind of form signed, and then I can take others with me. All I need is a signature from this devil guy. No, no, he won't. Yon-Wan, we are here because he willed it to be so. He will never let us go. Oh, believe me, Yon-Wan. Whatever evil exists, he has been a part of it. Okay. I don't really know anything about that, but I still have to at least try, Wilfred. I have to. Oh, dear. Please, be careful. Mein guter. Wir sind in der Hölle. Wirklich viel schlimmer. Glaube ich nicht, dass es wird. Gut, aber wir fragen mal den Henker. Schauen uns ihn erst mal ein bisschen in Detail an. Schauen uns ihn. Er ist nicht wirklich der schaukigste, der sich nicht mehr schaukigste. Dann wieder. Nicht wirklich ein schaukiges Spiel, ist es? Nichts Gespräch. Nur Schauk. Oh, oh mein. Schauk, Schauk, Schauk. Schauk, Schauk, Schauk. Immer schön abhacken. Aber gut, ähm, wir haben ja hier ein Porträt, was wir Wilfred zeigen können. Ich glaube, er würde mich interessieren, in das sehen. Ja, schon, aber du, Anna. Du könntest ja gerne wissen wollen, wer wer jetzt genau ist. Vor allem in der Anbetracht der Tatsache, dass, ähm... Das Porträt, das ich in Wilfreda gefunden habe, und das nur, was die Präziongäuern lassen lassen, mich behalten. According to the Minister, das ist Philipp Volk und seine Familie. Die Frau ist seine Daughter, Janneke, die ging um die Königin zu werden. Mit Janneke plötzlich zuvor, kann ich mich nicht helfen, zu fragen, ob Wilfreda involviert wurde. Ähm, fragen wir mal dieses Trollkind. Ich glaube, es gibt nicht ein ganz viel Untertitelung hier. Aber das? Wirklich? Mein Vater dachte, ich war zu jung für ein paar von den Büchern, die ich gelesen habe. Huh. Ich kann dir mal eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Das war damals, wie ich mein erstes Buch las. War damals krabbert. Und, ähm... Ja, da... Dieses Buch hat ziemlich gute Spuren hinter mir hinterlassen. Eins davon ist natürlich das, was du gerade hier siehst. Mein Logo, mein Name, etc. Ähm... Das zweite Buch, was ich las, war nicht besonders schön. Ich ging eines Tages mal an das Bücherregal meiner Mutter und griff nach einem Buch. Ich hab mir eins rausgesucht mit nem netten Titel und eins mit nem netten Bild. Mit Namen, die Puppen und Flüsse. Kann ja nicht so schlimm sein. Ich war sehr jung und sehr verstört danach. Mein drittes Buch, was ich las, war nicht viel besser. Schöne neue Welt. Ah, herrlich. Bücher sollten eigentlich auch in der FSK bekommen. Aber gut, fragen wir ihn mal. Es sieht ziemlich involviert. Ich will nicht, es für ihn zu verhindern. Schade. Gut, ähm... Gucken wir uns mal das hier im Detail an. Ich glaube, es ist für, äh, wenn Leute auf dem und... äh... Es schnell machen soll. Wir haben hier leider nicht die Möglichkeit von Meter 300. Eine schöne Anspielung auf 2033. das ist der Exekutierenden. Nicht meine. Na gut, gucken wir uns mal die Guillotine an. große Schöpfung. Viele Schöpfung. Viele Hände. Jetzt spielt Blunt. Boss hat nicht für Spiele. Schöpfung. Ach, scheiße. Ähm... Anna? Äh... Schon noch in Ordnung. Schöpfung. Ach, da ist ein Hebel. Ich verstehe, ich verstehe. Äh, ich hab mal eine andere Idee. Oh, ja. Das ist, wie wir dieses Melon öffnen. Once and for all. Aw, Trat. Wie veröffentlich. Schöpfung. Viele Schöpfung. Viele Hände. Jetzt spielt Blunt. Boss hat nicht für Spiele. So stumpf. Ernsthaft. Gut, dann machen wir sie mal scharf. Das braucht nicht Schöpfung. Oh, verdammt. Gut, ähm... Dose. Grandpa hat immer gesagt, eine Person von Trash ist eine andere Person von Trash. Okay, gucken wir uns das mal an. Hier, wette. Grandpa hat immer so viel, wie ich benutze von randomen Dingen auch ich habe meine Grenzen. Wir sind gut, Fred. Guck mal. Wenn ich etwas nicht tun kann, dann wird... er wird... er wird... Ah, ich muss er helfen. Ich bin nicht sicher, dass es sich umgekehrt würde, den Exekutioner zu verhindern. schade. Oh, schade. 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 Hätte ja funktionieren können. Könnten wir vielleicht die Axt ein bisschen kinetisch beschleunigen? Es ist ein Lager hinter für die operieren. Telemenesis ist nicht notwendig. Okay, guck mir mal zu den Käfigen. Wir müssen, um dieses Hauptoffice zu sehen, um hier rauszukommen. Wow, das ist das Hauptoffiz? Ich erwartet etwas, was ein bisschen mehr ... äh ... businesslike und ein bisschen weniger ... ominöse. Stopp! Das ist weit genug, kleine Frau. Oh, äh, sorry. Ich wollte nur das Hauptoffiz über ... No visitors today. Shove off. Oh, but ... well, der Troll von Administration, er sagte, dass ich mit der Head Office über ein paar Dinge zu sprechen. So ... No visitors today. Shove off. Okay, aber vielleicht nicht verstehe. Sie sehen, ich versuche für eine ... äh ... Form. Weil ich inocente, Sie sehen, und ... No visitors today. Shove off. Gah, ist das all you say? Hm. No, da muss ich einen Weg zu kommen. Wenn ich nicht, dann gibt es keine Chance zu gehen. Stopp! Das ist weit genug, kleine Frau. Ah, ja. Hi. Sorry to bother you again. Scheiße, ich bin. Ich bin.